Warum hast du Schneekappenpilz gegessen, als wir uns begegnet sind? Das Malkachoah? Jederzeit, es kommt selten vor, dass ich keine gegessen habe. Wenn man es das erste Mal probiert, scheint es wie eine wunderbare Fantasie. Man sieht Farben, die man noch nie gesehen hat, und begänge Kreaturen, die es nicht gibt. Mit Übung sieht man, dass einem dadurch nur die Realität offenbart wird, die Essenz aller Dinge, wie sie sich ähneln, wie sie verbunden sind. Ich habe Bäume wachsen und welken gesehen. Ich habe Fleisch gekostet und das Leben des Tieres gekannt, als wäre es mein eigenes. Er neigt sich verschwörerisch vor. Doch das Malkachoah führt oft dazu, dass der Magen sich gewaltsam lehrt. Es ist also nicht jedermanns Sache. Sag mir doch einmal, warum wir deiner Meinung nach leiden müssen. Hätte ich nicht gelitten, würde ich nicht danach streben, mich davon zu befreien. Ich würde von einem unbefriedigten Ziel zum nächsten wandern. Mehr Reichtum, einen besseren Stand. Meine Seele würde verkümmern. Aber einen Ort zu suchen, den das Leid nicht erreichen kann, das ist der Land für die Seele. Es härtet sie gegen die Elemente. Wobei zur Illustration die Fäuste. Das Leid ist das größte Geschenk, das die Götter uns je gemacht haben. Ihre schönste, perfekte Schöpfung. Es ist die Hand, die das Rad dreht. Seine Augen glänzen, als würde er einen alten und geliebten Freund wiedersehen. Ich würde gern wieder Licht auf sie werfen. Ich will dich noch was anderes fragen. Du verlangst vielfach jemanden, der wenig weiß. Wo hast du denn das Kämpfen gelernt? Die meisten Takan haben zwei Optionen. Sie können Väter bestellen oder sie können Nalpaska-Krieger werden. Ich war der jüngste von fünf. Ein Trieger. Die Nalpaska waren immer in meinen Gedanken. Ich war der jüngste von fünf Kindern, ein Träumer. Die Nalpaska waren immer in meinen Gedanken. Sie fühlten nicht das gleiche über mich. Drei Mal habe ich versucht, ihre Räume zu erinnern. Drei Mal habe ich verpflichtet. Sie empfanden nicht dasselbe für mich. Drei Mal bewarb ich mich um den Beitritt, dreimal wurde ich abgewiesen. Warum hat man dich abgelehnt? So lange hatte ich geträumt und nicht daran gedacht, mich vorzubereiten. Ich war faul, ungeschickt, übergewichtig. Er lacht, hätten sie mich nicht abgelehnt. Was für eine Schande hätte ich über sie gebracht? Aber sie haben dich letztendlich akzeptiert. Sie hatten keine Wahl. Unsere hohe Priesterin hatte eine Vision. Sie sah mich als Häuptling, der eine Armee von Nalpaska-Kriegern zum Sieg über unsere Feinde führte. Sie sah mich als Häuptling, der eine Armee von Nalpaska-Kriegern zum Sieg über unsere Feinde führte. Beim letzten Wort verzerrt er seinen Mund, als hätte er etwas Verdammtes gegessen. Unser letzter Häuptling war im Winter gestorben. Mein neuer hatte sich noch nicht aus den Reihen der Nalpaska hervorgetan. Also die Zeitung war richtig. Am nächsten Tag brachten sie mich vor Ischipilo, der große Master der Nalpaska, und ich wurde sein Pupil. Und dieser Expelio hat dir alles beigemacht, was du weißt. Ich habe weiter bei den anderen Ausbildern gelernt, mit meinen Nalpaska-Brüdern und Schwestern, Übungskämpfer ausgetragen und meditiert. Ich habe von ihnen allen gelernt. Aber das Ausbild von Ischipilo war ein Schieftensprivileg. Er wusste die Geheimnisse, die erlaubten können, Masterie über die Realität, Invincibilität und Kampf. Aber von Ischipilo zu lernen, war das Privileg eines Häuptlings. Er kannte die Geheimnisse, die einem zum Meister über die Realität machen konnten. Unbesiegbarkeit im Kampf verleihen. Wenn Nalpaska als würdiger Nachfolger eines Häuptlings angesehen wurde, besser als seine Kameraden, so nahm Ischipilo ihn auf. Er bereitete ihn auf die Zukunft vor. Ich würde nicht so, wie ich jetzt bin, ohne seine Übungen. Und in seiner Edition wäre ich nicht, wer ich heute bin. Du sagst, dass dein Lehrer wusste, wie man die Realität beherrscht. Hast du seine Geheimnisse erlernt? Zarur eröffnete Mund, um zu sprechen, doch er atmete nur sanft aus. Er bricht dich mit Grund zu zerstören an und setzt erneut an. Nicht alle. Nicht alle. Was war das, was dein Meister dich niemals gelehrt hat? Eine Geschichte für eine andere Zeit, vielleicht. Eine Sache, die er mir教en hat, war, dass je mehr du sprachst, desto weniger du hörst. Und je weniger du hörst, desto weniger du hast, desto weniger du sagen kannst. Das ist vielleicht eine Geschichte füreinander, mal. Er brachte mir unter anderem dies bei. Je mehr man spricht, desto weniger hört man. Und je weniger man hört, desto weniger hat man, dass sich zu sagen lohnt. Erzähl mir was von deiner Heimat. Ischermittel ist riesig. Außenstehende sehen es als ein Land, sein Volk als ein Volk. Aber wenn man es durchwandert, erkennt man, dass es viele Ischermittels gibt. Das Ischermittel, das die Tarkan kennen, ist reich an fruchtbarer Erde und Wasser. Die Fettfrüchte wachsen wie von allein. Wir haben unsere Häuser am Fluss Akwe errichtet und er ist gut zu uns. Auch wenn er immer wieder über seinen Umfeld tritt, damit die Tarkan ihr Leid nicht vergessen. Es wäre aber nicht Regenzeit, wenn mein Nachbar Esli nicht hinter seiner entlaufenen Ziegen her schwimme und dabei fast ertrinken würde. Wie nett. Das Schmunzeln auf Zawas Gesicht begräbt sich plötzlich selbst, als würde er es nicht gefasst werden wollen. Aber Heimat ist eine Vorstellung, ebenso wenig real wie die Gerechtigkeit oder Ehre. Meine Heimat ist nun hier, wo ich gerade stehe. Was hast du getan, bevor du hierher kamst? Ich hatte gehofft, Wissen mit den Männchen der tausend Träume auszutauschen. Ihr Kurs da liegt östlich von hier. Sie sind gesagt, sie sind Seekers der größeren Wahrheit, wie die Nalpazka. Aber wenn sie noch existieren, dann finde ich sie nicht dort. Das heißt, sie würden nach größerer Wahrheit suchen, genau wie die Nalpazka. Doch wenn sie überhaupt noch existieren, konnte ich sie nicht finden. Lass uns weiterziehen. Also für ihn gibt es noch, äh, keine... Ähm... Quest. Und das sind eh alte. So, das heißt, jetzt geht es in den Rotwald. Ich wollte noch schnell die Texte mit ihm durchmachen, bevor wir ins nächste Gebiet gehen. Weil mit Banaha hatte ich schon... Jetzt habe ich mit ihm gemacht, weil wir kriegen noch einen, ähm... Einen Companion. Und ich will dieses Mal versuchen, so gut wie möglich mit allen Companions ihre Quests zu machen. So, wir sind wieder in einem... ...sehr großen Gebiet, so wie es aussieht. Dieser Wolf liegt im Schnee vor Erschöpfung und Schmerzen hechelnd. Ein Pfeil hat seinen Vorderlauf durchbohrt und es reiht aus der Flanke des Tieres. Der Wolf knirrt leise, als du dich näherst. Der Schwanz... Den Schwanz hat er eingezogen. Den Wolf beruhigen. Du näherst dich langsam dem Wolf, sonst sprichst reisen und ruhig zu ihm. Langsam beruhigt sich der Wolf, auch wenn er weiterhin verängstigt zu dir blickt. Die Wunde untersuchen. Der Wolf scheint den Weg eines Jägers gekreuzt zu haben. Ein Seelmann, der Pfeil ragt aus dem rechten Vorderlauf des Wolfs. Er steckt jedoch nicht sehr tief in dem Bein. Trotzdem vermutest du, dass du seine Lage noch verschlimmern würdest, wenn du den Pfeil ohne medizinische Kenntnis und die nötige Sorgfalt herausziehen würdest. Den Wolf in Ruhe lassen. Ja, wen hätte ich denn mit großem Medizin wissen? Eigentlich mich selber. Versuchen den Pfeil zu entfernen. Mania bewegt sich auf das Tier zu, um ihm zu helfen. Deine Bemühungen, den Wolf zu beruhigen, haben sich gelohnt. Das Tier bleibt ganz still, es winselt nur gelegentlich. Mania entfernt vorsichtig den Pfeil und verbindet dann die Wunde. Komm, ist Mania fertig, steht der Wolf heublich auf. Er beitrachtet dich für einen langen Augenblick und verschwindet dann humpelnd in den Bäumen. Silberpfeil ist ein Questgegenstand, oder? Dieser angelaufene Silberpfeil steckt in der Flanke als Wolf. Es ist hier noch nahezu unbeschädigt. Einzig die sorgfältige Befehlung wurde angemessen. Als du den Pfeil in der Hand hältst, stehen dir die Haare zu Berge. Ah, das war es hier mit dem Wolf. Ach nee, das ist auch hier. Aber ich glaube nicht, dass das der Wolf ist, den er gejagt hat. Dafür war der Wolf zufriedfertig und zu sehr verletzt. Mal gucken, ob ich die Wilderer finde, die dafür verantwortlich sind. Okay, der Winterwolf wiederum ist nichts. Die Winterwürfe sie darum sind nicht so nett. Oh, und auch noch von einem Droiden. Moment mal, du rennst, du kannst ruhig wieder... ...umswitchen und du machst am besten Spiegelbilder. ...oh, und Fällrüstung. Hä? Mit Hirschgeweih? Athletik, Gewandtheit? Hm. Kriegt sie schon eins? Naja, kommt erst mal weg. Nice and quiet. Okay. Oh, Eispest. Weiß gar nicht, zieht das auch als Fäulnis? Wie sieht es denn so aus bis jetzt? Wir haben noch nichts getötet mit dem Stab. Ich finde es lustig, dass die so immun gegen seine Angriffen sind. Okay. 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 Okay.